Schauen Sie erstmal, bevor ich Ihnen sage, was ich gemacht habe, schauen Sie mal die Farbe, sind Sie nicht fantastisch? Sie wissen, wir haben die letzten Jahre ja sehr viel bei dieser Version des Haarschnitts mit Texturierung, mit Strukturierung gearbeitet. Ich möchte davon ein bisschen weggehen, etwas progressiver arbeiten. So what I've done on my model is I've actually undercut only the very first part. Ich habe also hier vorgearbeitet, unterschnitten, das erste passé auf beiden Seiten. Just undercut, I need to get rid of some of the weight, it's a little bit too heavy. Dann auch etwas von dem Gewicht wegzunehmen, das Haar ist sehr, sehr schwer. And then I've cut a line that goes near to the eye, but it's a soft line. Sie sehen, ich habe hier dann eine Linie erarbeitet, ganz weich. Und ich lasse das hier sehr lang über dem Auge, somit kann sie nicht sehen, wo sie langläuft. Solange sie das eine Auge aber frei hat, kann sie ja sehen. So, das ist jetzt die Seite, die ich jetzt erarbeiten möchte. Von der Farbe her haben wir gearbeitet hier mit der 3.0 als Basisfarbe und rechts und links vom Scheitel jeweils ein Viag abgeteilt, das Ganze aufgehellt, wieder aufgebaut und das Ganze dann mit dem 650 und 55 eingefärbt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind eigentlich seit heute Morgen 4 Uhr unterwegs. Und wir haben die Modellen hier in 5 Uhr und denken, oh, es wird zu tief, wir werden nicht fertig sein. Wir haben es so früh gemacht, dass ich mein Haar gemacht habe. Und das ist rar, weil es manchmal kann ich mit dem Schminken und die Haare schnell noch mal stylen können. Aber wir waren heute eigentlich so, weil das ganze Styling auch so einfach ist, eigentlich so früh fertig, dass ich heute mir sogar selber meine Haare abfüllen lassen können. Und ich bin eigentlich richtig heute gut ausgeruht. Und ich bin sehr gut ausgeruht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020